Musik Der ehemalige SPD-Chef Franz Müntefering soll einmal gesagt haben, Opposition ist scheiße. Die SPD soll sich mal nicht so anstellen. Heute, 2013, kann ich das nicht mehr gelten lassen. Wenn die gesamte Opposition über acht Stimmen Mehrheit gegenüber den Regierungsparteien verfügt, ist das für eine Demokratie der Idealzustand schlechthin. Musik 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 Musik